Hey Freunde! Moin ihr Lieben! Wir sind Elli und Fili. Und wir nehmen euch mit durch unser Hamburg. Damit ihr die beste Zeit in Hamburg haben könnt, zeigen wir euch, was uns gefällt. Ich hole jetzt mal die Limousine. So liebe Freunde des kulturellen Genusses, wir sind jetzt hier an den Deichtorhallen angekommen. Hier finden eigentlich immer irgendwelche Ausstellungen statt zum Thema Fotografie, Kultur, Kunst, was auch immer. Das ist tatsächlich auch ein sehr schönes Gebäude in einer sehr schönen Gegend. Und hier lässt es sich sehr gut spazieren gehen, tatsächlich. Obwohl es mitten in der Stadt ist. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich versuche euch die sitzen hier immer. Ich möchte euch das mal, dass ich so Freunde will. Hast du sie den Scheiße sind, was machen dich? Ich würde hier enden auch als w кнопerde mal zu bilz Coun Arm sagen. N testament! Wir sind in Rottensburg, Rottensburg ist eigentlich ein kleiner Teil von Altona, ist ganz in der Nähe von der Superroute St. Pauli, aber auch gut aus Verkürung zu erreichen. Es gibt ganz viele kleine Bars und Cafés und kleine Shops und wir zeigen euch das jetzt mal. Wir sind in Rottensburg, 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 Rottensburg. Tschüss! Wir sind in Rottensburg.